Sind wir wieder gut? Ja, weil das sind, das sind Kinder. Ich meine, man ärgert sich zwar vielleicht am Anfang, ich hab bloß Angst gehabt und dann... Ja, nein. Weil er so einen Schlinker gemacht hat, was? Ja, den kann ich auch nicht mehr, der hängt zuerst. Du bist ein trainierter Landkarte mit den Muskeln. Ich meine, ich weiß nicht was, das Kind war drei, vier Jahre, fünf Jahre. Der hat auch bestimmt aus dem jetzt gehört. Ich meine, uns als Kinder hat es oft auch nur mit dem Rad erschlagen. Wenn man jetzt schuld war oder nicht, das ist... Das hier in See haben wir auch mit dem Betrieb, oder? Bis runter, bis runter. Bis runter, bis runter, bis runter, bis runter.